Bulgarien ist das einzige Land in der EU, in dem seit Mai 2020 alle Tourismusdienstleistungen fast ohne Unterbrechung funktionieren. Diese Erfahrung und die ständige Erweiterung der Anti-Corona-Maßnahmen geben Ihnen viel Sicherheit. In Bulgarien können Sie sich von Ihrer Ankunft und während Ihres Urlaubs entspannen, da wir alle erforderlichen Maßnahmen und höchste Sicherheitsvorkehrungen getroffen haben, um sicherzustellen, dass Sie und Ihre Familie vor Covid-19 geschützt sind. Wir wünschen Ihnen unbeschwerte Erholung und einen sicheren Aufenthalt an der Schwarzmeerküste, in eindrucksvollen grünen Berglandschaften und historischen Städten, von Ihrer Ankunft bis zu Ihrer Abreise. Entdecken Sie die Vielfalt Bulgariens!